merke ich mir merke ich mir als engineer mach ich keine tasse mehr lohnt mich wenn ich den download habe kann nie im leben vor mir fertig sein unmöglich immer mag mich nicht ok, Viper steht im atmen panel und guckt sich die karte an während Und Ricky unterm Tisch liegt. Nee, 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 nee. Unter mir liegt keiner. Ich hatte keinen Report-Button, als ich da hielo. Ricky liegt unterm Tisch. Ich bin doch gerade Admin reingelaufen. Kann Cora bestätigen. Dann habe ich ihn wirklich nicht gesehen. Der war auch nicht zu sehen. So ein Ellbogen hat da rausgeguckt. Der Rest war versteckt. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe auch noch eine Info. Aber Report-Button hättest du heute Abend müssen. Ich habe keinen gesehen. Report-Button hast du nicht, wenn du das Admin-Pinnel offen hast. Ich hatte keinen Sinn. Ja, aber noch reingelaufen. Nicht mit Vanessa? Natürlich hast du dann einen Report-Button. Hast du trotzdem unten. Nicht, wenn du einen Task offen hast. Und Admin zählt dazu. Leuchtet der Report-Button nicht. Ziemlich sicher doch. Ich bin mir da relativ sicher. Aber es ist auch ein Wort. Ich habe auch noch eine kurze Info, die ich gerne loswerden möchte. Ich möchte, ja warte, bevor du die Info loswerdest. Vanessa ist auf jeden Fall jetzt erstmal AFK. Die Kleine meldet sich. Ist ja in Ordnung. Ist ja sowieso tot. Ist doch okay. Ja. Und zwar habe ich Vermutung, dass Kira entweder Jester oder Imposter ist. Wegen Zeit an Weapons. Ich war vor ihr an Weapons dran. Ich war als erster da. Und sie ist ungefähr drei, vier Sekunden bevor ich dann war. Von den Asteroiden runter. Und ich habe keinen verpasst. Und sie war nicht langsam. Ich kann die Richtung bestätigen, weil ich bei Lights Out über Kira und dann über Jazz auf Weapons gerannt bin. Ähm, ganz kurz. Vanessa, hat die jemand gesehen? Wissen wir, wo sie ist? Also Vanessa war am Anfang mit mir in NAV. In NAV liegt sie da nicht. Ich war der Einzige in Electrical, by the way. Ich habe Lights gefixt und bin jetzt Richtung Lower Engine und da war niemand. Und ich bin von NAV aus zurückgelaufen. Ja, genau. Wir müssen bei uns fortieren. Ich bin von NAV aus zurückgelaufen und stand im Admin dann drin. Hä? Ja. Das ist Jester. Ich wusste. Oh Mann, Leute. Ich habe gecallt, sie ist entweder Impostor oder Jester. Und wenn wir Nulls Hass auf irgendwen haben und wir voten müssen, dann vote ich sie. Bevor wir jetzt... Also, ich gönne es dir, Kira, ja? Aber... Ja, wobei, aber wenn die... Ich versuch das jetzt nicht. Ach, komm schon. Was war das denn? Was war das denn? Du hast dich definitiv selbst umgebracht. An mir? Ich glaube, an Jascha. Du bist doch von Carvateria nach Wöpfens gelaufen. Ich dachte, an Jascha hätte... Nee, 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 es war nicht an mir. Es war nicht an mir. Wo bist du gerade? Im Gang, im Gang. Du bist vorbeigelaufen und ihr seid beide im Gang. gewesen. Ja, direkt Richtung Weapons. Richtung Weapons. Ganz kurz. Ich bin nicht mehr im Gang. Ganz, ganz kurz erwähnt. Es kann sein, dass er nicht Sheriff war, sondern Shifter. Und in dem Moment, wo er versucht, als Shifter einen Imposter die Rolle zu klauen, stirbt der Shifter. Also, ich sag mal so, wenn er platzt, ist er kein Imposter, halt egal. Aber es würde auch Sinn machen, dass Jess es leugnet. Da müsste aber doch jemand ein Sheriff claim. Dann müsste ein Sheriff noch da sein. Nee, nicht unbedingt, oder? Ja doch, wenn er der Shifter ist, dann müsste jemand jetzt kommen und sagen, nein, ich bin Sheriff. Wenn es noch einen Sheriff gibt, dann erschießt er gleich Jascha. Ich sehe das kommen. Ich würde dich erschießen, wenn ich Sheriff wäre. Ey, ich stand gar nicht drauf. Ich stand hinter Haki und neben Koran. Ich habe mich nur auf gleich geschnitten. Egal, was Olio gemacht hat, egal, ob er Sheriff war oder Shifter, er hat auf Jazz gezielt. 100 Pro. Sicher? Da bist du dir sicher, ja? Ich bin nicht mal gesehen. Ihr seid immer hintergelaufen. Ich bin nicht genau auf den Haki. Jazz, bist du lieb? Es gibt einen Morphling, der als ich rumläuft. Aber nicht so schnell. Nee, 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 das war 30 Sekunden. Ich war eben einmal Sheriff, der hatte maximal drei Sekunden Cooler auf dem Kill. Das macht schon Sinn. Shifter wahrscheinlich auch. Aber so schnell zu morfen wäre dumm. Ich bin halt nicht gesehen und ich stehe halt an Weapons und bin fast done. Nee. Ist so, Leute. Ist so. Ist so. Ist so. Ich muss das auf mich planen. Habe ich reportet? Ich habe reportet. Okay, ich habe Report-Button gespammt. Wir waren alle grau und sind übereinander gelaufen. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, wer ist. Ich war bei dir. Wer ist überhaupt gestorben? Jazz ist gestorben. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Wir sind gerade zum Reaktor gelaufen, alle. Ja, wer ist alle? Ja, keine Ahnung, weil alle grau. Ich habe alle mit Jazz und... Da war noch einer. Aber jeder kennt ja seinen Screen. Wer ist denn gerade noch in Cafete? Zwei Leute sind in Cafete. Ich und jemand. Und ich weiß nicht, wer es ist, weil er grau ist. Ja, ich bin das. Ich bin aus Weapon gerade in Cafete reinmarschiert. Das kann aber nicht sein. Das kann aber nicht sein, weil ich war in Cafete. Ey, kommt schon. Cool. Ich bin praktisch in der Tür von Cafete. Ich bin gerade an ihm. Wo hast du denn denn gefunden, Haki? Wer hat Weapons gemacht? Ganz, ganz kurz. Joachim, in welcher Türe bist du? Von Weapons nach Cafete oder von Cafete Richtung Upper Engine? Von Weapons nach Cafete. Es ist sogar noch einer an mir vorbeigelaufen. Ich kann halt nur nicht sagen, wer war grau. In welche Richtung? In welche Richtung? Von Weapons in die Cafete rein. Nein, wer ist dir entgegengekommen? In welche Richtung? Ach so, von Cafete in Weapons. Nice. Gut, ich glaube dir. Dir kaufe ich das ab. Weil ich noch mal Weapons Backpack bin. Wer hat mir jetzt alles im Reaktor? Okay, und ich bin dann gerade an dir noch vorbeigelaufen, weil ich laufe gerade Weapons hoch. An mir ist nur eine Person. Wer hat mir gesagt, wer alles im Reaktor ist, bitte? Ich bin da, weil ich habe ja reported. Und wer noch? Ich bin auch da, aber ich habe noch was gesehen. Regina. Regina, Entschuldigung. Okay, Haki, wie viele Leute hast du da rein aufgesehen? Vier, glaube ich. Hast du eine oder beide Leichen gefunden? Ich glaube nur Jess. Ich habe halt den Rekord-Button gedrückt ab und zu. Ja, ich glaube es war Haki, ich bin mit Haki, Jess und ich sind zusammen von Cafete aus im Reaktor. Und im Reaktor wurde er gefehlt und ich habe nur drei Leute gesehen. Drei Leute nur voten? Das ist übrigens spicy, nicht zu voten. Ich habe auch gar nicht gesagt. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist zu voten, was ich gerade noch erklärt habe, weil alle anderen vorher... Ja, alles gut, dann schmeiß doch rein. Ja, alles gut, dann schmeiß doch rein. Die Leiche ist zwischen Electrical und Storage im Flur. Ich glaube, dass Kiriana in Keralia gemorpht ist. Wieso? Ich bin nicht gemorpht. Warum? Ich bin... Also Viper kam mir noch in Nuff entgegen. Ich bin runter und ich habe die Farbe Orange unten am Shield stehen sehen. Bin nach links rüber ins Deutsch und zurück. Und die Farbe, die mir dann von der Richtung entgegen kam, war auf einmal hellblau. Ja, ja, ja. Moment. Ich war da ja in der Richtung. Kiri war, ist mir auch nicht hingekommen. Ja. Okay, okay, okay. Dann war uns kein Muff. Wir haben uns gekreut. Und Joa stand da im Download oder was auch immer in Coms. Genau. Aber Viper war auch auf der rechten Seite und da der noch bei Nuff war, wenn du sagst, sie ist dir hoch, also hoch Richtung Nuff entgegen, kann das auch der Kill gewesen sein. Also ich bin hoch in Nuff und sie ist unter, sie ist hinter dir her quasi. Ich habe beide gesehen und Joa habe ich auch gesehen. Joa, wo hast du Viper gefunden? Ähm, zwischen Electrical und Storage im Flur. Der ist so weit rüber gekommen, Alter. Haki, wo du? Ich kann mir vorstellen, dass es Kira ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, aus der Runde davor, dass es auch Haki ist. Haki, wo du? Ich war vor Akpen, ich war erst Deutsch unten rechts, bin hoch, Licht aus, bin nicht wieder zurück. Also ich hätte wahrscheinlich Viper jetzt auch gleich gefunden. Irena ist wo? Ich bin tatsächlich jetzt in Electric, aber ich bin da gerade, warte ich gerade die Lichter zu fürieren und da war ich gerade zwei... Ich glaube, ich muss Regina voten. Please votet mich, please votet mich. Ja! Dankeschön, 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 Dankeschön. Nein, bist du damit durchgekommen? Ja, ich bin damit durchgekommen. Nein! Was fällt dir ein? War Haki in?